Musik Dieser scheinbar harmlose Ball, vollkommen unverfänglich, sieht aus wie jedes alte Stück Metall. Eine Kanonenkugel oder vielleicht eine kleine Abrisskugel. Aber wenn sie das Pech hätten, diesen falsch zu handhaben, würden sie mit Sicherheit einen schmerzhaften und schrecklichen Tod erleiden. Leider hatten zwei Personen eine solche Erfahrung gemacht und in den folgenden Jahrzehnten würden noch mehr vorzeitig an Krebs sterben. Und die beiden Fälle zeigen wohl, wie man nicht einfach ein Material mit dem Potenzial, bei jeder Kleinigkeit überkritisch zu werden, als selbstverständlich betrachten kann. Nicht überraschend erhielt der betreffende Gegenstand den Namen »Dämonenkern«. Aber was war dieses unscheinbare Objekt? Dieses Thema wurde bereits von jemandem behandelt, den ich kenne, aber ich fand diese Geschichte wirklich interessant und musste ein Video darüber machen. Ich habe den Link in die Videobeschreibung aufgenommen, falls Sie es sich ansehen möchten, wenn Sie dieses Video fertig gesehen haben. Wie viele meiner atomaren Videos beginnt unsere Geschichte während des Zweiten Weltkriegs und des Manhattan-Projekts. Der Dämonenkern, oder Rufus, wie er ursprünglich genannt wurde, sollte für eine dritte Atombombe verwendet werden, die über Japan abgeworfen werden sollte, eine Waffe, die nie benötigt wurde. Am 15. August kapitulierte Japan, nachdem zwei Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen worden waren. Der Kern ähnelte demjenigen, der in der Fat-Man-Bombe verwendet wurde, die über Nagasaki abgeworfen wurde. Er bestand aus drei Teilen, zwei Plutonium-Gallium-Halbkugeln, die durch einen Ring getrennt waren. Der Plutonium-Kern wurde raffiniert und unter Druck zu seiner ominösen, kugelförmigen Form am Hanford hergestellt und dann zur Vorbereitung auf den Einsatz in einer Implosionsbombe an das Los Alamos Laboratorium verschickt. Einmal zusammengebaut, war er so konzipiert, dass er 5% unterhalb der kritischen Masse lag und der Kern daher relativ sicher war. Allerdings wurden diese 5% gewählt, um sicherzustellen, dass er bei Bedarf leicht für sehr große Explosionen genutzt werden konnte. Aber eine tödliche Nebenwirkung war, dass dadurch sehr wenig Spielraum für Fehler blieb. Sie sehen, sobald der Kern kritisch wurde, befand er sich in einem perfekten Gleichgewichtszustand, ohne Zunahme oder Abnahme der Leistung. Jedoch könnten eine Vielzahl von Faktoren den Kern in eine Überkritikalität versetzen, eine Kettenreaktion erzeugen und aufrechterhalten, bis er entweder auf einem neuen kritischen Niveau und erhöhter Leistung verharrte oder explodierte. Es ist unnötig zu erwähnen, dass beide Ergebnisse etwas schlecht wären. Die Wissenschaftler des Manhattan-Projekts fanden sich mit diesem überschüssigen Stück waffenfähigen Materials wieder und taten das, was die meisten Wissenschaftler tun würden. Sie studierten und stießen an die Grenzen. Einige der Experimente waren jedoch ausgesprochen leichtsinnig, und das führte zum ersten Opfer des Cairns, Harry Dacklian. Ein 24-jähriger Physiker aus New London, Connecticut, arbeitete am Cairn am 21. August 1945. Dacklian war seit 1944 beim Manhattan-Projekt beschäftigt, als er noch Student war. An diesem schicksalhaften Tag konstruierte Dacklian einen Neutronenreflektor um den Kern aus Wolfram-Kabit. Ein Neutronenreflektor ist so konzipiert, dass er Neutronen zurück in eine subkritische Masse reflektiert, um das Material kritisch zu machen. Er kann auch die nukleare Spaltung erhöhen. Das kritische Experiment wurde allein durchgeführt, abgesehen von Robert J. Hamley, der vier Meter entfernt an einem Schreibtisch Wache hielt. Während des Experiments bemerkte Dacklian, dass die Zugabe eines letzten Wolfram-Ziegels den Cairn überkritisch machen würde. Er zog den Ziegel mit seiner Hand heraus und ließ ihn dabei versehentlich auf den Stapel fallen. Dies war alles, was benötigt wurde, damit der Kern prompt kritisch wurde. Sofort versuchte er, den Ziegel wegzuschlagen, war jedoch erfolglos. Stattdessen zerlegte er schnell den Stapel, aber zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits 510 Rehm an Neutronenstrahlung absorbiert. Sein Schicksal war besiegelt. Er erhielt eine intensive Pflege, würde aber ins Koma fallen und sterben. 25 Tage nach dem Vorfall, der ersten bekannten Todesursache im Zusammenhang mit einem Kritikalitätsunfall. Seine Hand, hier gezeigt, war von dem Ereignis verbrannt worden. Dacklians Leichnam wurde zurück nach New London gebracht, um auf dem Cedar Grove Friedhof beerdigt zu werden. Der tragische Unfall, der zu Dacklians Tod führte, führte zu einer Überprüfung der Sicherheitsvorschriften innerhalb des Projekts. Eine der wichtigsten Änderungen war, dass jedes ähnliche Experiment zwei Personen und zwei Instrumente erfordern würde, die in der Lage waren, Neutronenzählungen zu überwachen und zu alarmieren. Diese neuen Regeln sollten das Risiko eines Kritikalitätsunfalls verringern. Dies sollte jedoch nicht der Fall sein, als es zum bald als Dämonenkern bezeichneten Kern kam. Nur neun Monate vergingen, bis der Kern seinen zweiten Kritikalitätsunfall erlebte. Aufgrund eines Experiments, das wegen seiner offensichtlichen Missachtung der üblichen Sicherheitspraktiken als das Kitzeln des Drachenschwanzes bezeichnet wurde. Louis Slotin war ein 35-jähriger kanadischer Physiker und Chemiker, der seit 1942 am Manhattan-Projekt arbeitete. Er arbeitete an Experimenten mit Uran- und Plutoniumkernen, um ihre kritische Masse zu beurteilen. Es versteht sich von selbst, dass er erfahren war, aber möglicherweise war er nachlässig geworden. Slotin war zu einem regelrechten Showman bei Experimenten geworden, und das hatte sich nicht geändert. Vor seinem geplanten Ausscheiden aus dem Manhattan-Projekt hatte Slotin zunehmend unglücklich über seine Beteiligung am Projekt geäußert. Allerdings konnte er erst gehen, nachdem ein Ersatz ausgebildet worden war. Er wurde mit den Worten zitiert, »Ich bin einer der wenigen hier, die erfahren darin sind, Bomben zusammenzusetzen.« Nach seinem Ausscheiden aus dem Projekt plante Slotin, wieder zu unterrichten. Dies bringt uns zum 21. Mai 1946. Gegen 15 Uhr bereitete Slotin ein Experiment vor, um seinem Ersatz, dem 36-jährigen Alvin C. Graves, zu demonstrieren. Das Experiment sollte zwei Berylliumkugeln beinhalten. Die beiden Teile, zusammengesetzt um den Kern herum, würden einen neutralen Reflektor erzeugen, und das Experiment wurde verwendet, um einen der ersten Schritte in der effizienten Reaktion zu erstellen. Eine Hälfte der Berylliumkugel hatte ein kleines Loch oben, um einem Bediener das Halten zu ermöglichen, um eine manuelle Absenkung zu ermöglichen. Und Chims wurden verwendet, um zu verhindern, dass sich die beiden Hälften berührten, was zu einem Kritikalitätsunfall führen würde. Die Chims stellten eine rudimentäre, aber effektive Methode des Schutzes dar. Allerdings hatte Slotin eine einzigartige Modifikation des Experiments entwickelt. Anstatt Chims zu verwenden, würde er einen einzigen flachen Schraubendreher verwenden, um die beiden Halbkugeln zu trennen, was bedeutet, dass während eines Experiments beide Hände des Bedieners verwendet würden, eine um die obere Hälfte über das Loch mit dem Daumen zu halten und die andere um die Kugel mit der Spitze des Schraubendreher zu beabstanden. Slotin hatte das Experiment auf diese Weise mehrmals vor Beobachtern durchgeführt und soll sogar Enrico Fermi dazu veranlasst haben, ihm zu sagen, dass er innerhalb eines Jahres tot wäre, wenn er diese gefährliche Methode weiterverwenden würde. So bekannt war die Gefahr der Verwendung eines Schraubendrehers, dass das Experiment den Spitznamen »Das Kitzeln des Drachenschwanzes« erhielt. Ich denke, wir können uns vorstellen, wohin das führt. Während des Experiments, gegen 1520, geschah das Unvermeidliche, als der Schlitzschraubendreher in Slotins rechter Hand abrutschte und die obere Hälfte der Kugel über den Kern schloss. Der Kern wurde überkritisch und die Luft um ihn herum ionisierte sich, wodurch ein unheimlicher blauer Schein entstand. Die intensiven Neutronenstrahlen wurden in den Raum freigesetzt, als Slotin einen sauren Geschmack im Mund verspürte. Slotins linke Hand begann sofort zu brennen, was ihn dazu veranlasste, seinen Arm in die Luft zu werfen. Dabei fiel die obere Kugel auf den Boden und beendete den Kritikalitätsvorfall. Insgesamt dauerte es nur ein paar Sekunden. Slotin hatte eine weitere Reaktion verhindert und seine Position über dem Kern hatte versehentlich die anderen Insassen im Raum abgeschirmt, einschließlich Alvin, der eine hohe, aber nicht tödliche Dosis an Strahlung erhalten hatte. Dies sorgte jedoch dafür, dass Slotin nicht so viel Glück hatte. Slotin erbrach, nachdem er das Labor verlassen hatte, und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Sein Körper war mit Blasen bedeckt und hatte Verbrennungen an einigen seiner inneren Organe erlitten, was ein Arzt als dreidimensionalen Sonnenbrand beschreiben würde. Sieben Tage nach der Exposition litt Slotin unter extremer geistiger Verwirrung und nachdem seine Lippen blau geworden waren, wurde er in ein Sauerstoffzelt gelegt. Schließlich fiel er ins Koma und starb neun Tage später in der Nähe seiner Eltern, trotz intensiver Pflege. Drei weitere Zeugen des Experiments blieben nach Slotins tragischem Tod im Krankenhaus. Alvin Graves entwickelte Symptome einer akuten Strahlenkrankheit und, obwohl er überlebte, würde er unter chronischen neurologischen und Sehproblemen leiden. Er würde weiterhin in der nuklearen Erprobung arbeiten, bis er 1965 nach einem Herzinfarkt starb. Ein weiteres Mitglied des Personals würde ungefähr zur gleichen Zeit wie Graves an Leukämie sterben. Es ist jedoch unmöglich zu sagen, ob es mit Sicherheit am Dämonenkern lag. Auch der Wachmann während Daglians Experiment würde im Alter von 62 Jahren an Leukämie sterben. Leider forderte der Kern das Leben zweier sehr talentierter Wissenschaftler, aber er zeigt nur, wie tödlich Strahlung sein kann und wie nachlässig, selbst bei den geschicktesten Bedienern, nicht das Idealste bei gefährlichen Materialien ist. Das Ziel des Kerns war es gewesen, nach den Experimenten für die Operation Crossroads verwendet zu werden. Aufgrund des Slotin-Kritikalitätsvorfalls war jedoch etwas Zeit erforderlich, um die Wirksamkeit für den Einsatz in einer Bombe neu zu bewerten. Ironischerweise sollte es aufgrund seiner Kritikalitätsvorfälle sein, dass der Kern nicht für Waffensprengungen verwendet würde. Stattdessen wurde er eingeschmolzen, um in anderen Kernen verwendet zu werden. Aufgrund der Kritikalitätsunfälle würden keine Experimente mehr von Hand durchgeführt werden, sondern mit ferngesteuerten Maschinen, die es dem Bediener ermöglichten, sich in einem sicheren Raum fern von Strahlung zu befinden. Dies würde jedoch nicht vollständig verhindern, dass es Opfer von Kritikalitätsunfällen gibt, aber sie werden Gegenstand zukünftiger Videos sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Wenn ja, hinterlassen Sie gerne einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal.